so nächste mission können wir einen könig machen dann hätten wir den nächsten bus weg weiß ich würde jetzt eigentlich eigentlich jetzt nach und nach die unterbosse machen und dann weiter mit dem mit dem großen bus so nächste bringen sie in der jurys und el politos jagd zu teilen na dann machen wir das doch mal dann machen wir das doch mal glatt würde ich sagen das war der musikkknochen ich will nichts sagen du meinst du zweites also loch im boden ok die ist so schnell leer oder was aber du hast den gegenteiligen effekt du bist immer da ganz schnell voll du sollst wieder leer gemacht werden doch irgendwann schon auf dauer ich meine deine blase wird dann irgendwann voll nicht du ja das ist aber nicht bei kaffee das dauert ewig ich kenne das von eisztee oder bier eisztee und bier das ist hat da bis auch muss auch ganz schnell immer wieder dein körper ist den kaffee so gewohnt seit knapp 35 jahren da passiert nichts mehr dauer injektion ich habe mit 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 vier äh oder mit vier und halb fünf angefangen habe ich meine oma den kaffee weggetrieben ouch ja das ist eigentlich ein bisschen früh für kaffee ja war mir egal wie war das mit ritalin aber ich muss nur dazu sagen ich war auch immer schon immun gegen koffein ja mit vier anfängt kaffee zu trinken dann bestimmt da könnte ich mal kaffee gebrauchen ja ja die hütte ist drei meter weg ja aber der kreis ist ziemlich groß vielleicht müssen wir sie auch erstmal in diesem kreis finden die jagdhütte das sollte glaube ich nicht so schwer wie schwer sein so eine hütte zu finden aber ich würde mal meinen da wo das auto und der heli sind sind wir glaube ich in der richtigen das vermute ich auch starte drohne setze drohne ein ja rot ist es aber weiter links ja da muss da müssen wir jetzt rein und dann müssen wir in den keller die wir sind voll die keller kinder ich glaube da müssen wir die gleich irgendwie nach irgendwie dem dialog oder sowas müssen wir die relativ schnell platt machen bevor die abhauen Glaube ich. Ach, das ist die Mission, die ich mal irgendwann ganz am Anfang gespielt habe. Die habe ich ganz früher mal als erstes gemacht. Wen musst du töten? Haben wir einen... Scheiße. Wenn ihr auch seid, ich werde euch langsam verbluten lassen. Super. Jury ist tot. Halt. Hä? Konnte denn jetzt der eine an uns vorbei? Ja, das ist ein Kuss, der ist in dem Keller. Und der ist unter uns? Ja. Wo geht es denn hier noch nach unten? Ich habe ihn. Sehr schön. Als fühlte man sich dann noch nicht besser? Ja. Tja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser... Genau, bei Kimmisschen kann ich mich nicht erinnern. Hier ein kleines Schlechthaus. Hm. Super. Wie sieht es denn jetzt mit den Bossen aus? Wie sieht es denn jetzt mit den Bossen aus? Ah, da kommen wir gar nicht weiter jetzt. Warte mal. He. El Misario. Okay. Die Uni DAT hat einen Rebellen-Truck voller Medikamente konfisziert. Holen Sie Infarkantaris Leute zurück. Da sind die Medikamente in den richtigen Händen. ja uns fehlt noch Bosse ohne Ende, warte mal, ich frage mich was anderes gerade, wir sollten mal irgendwie diese Ordner da mitnehmen, habe ich ja gesagt es öfter nicht schon, dass wir diese Nebenmissionen machen sollten, damit du mich damit Sachen freischaltet, ja würde ich, würde ich jetzt machen, nach und nach, ich würde jetzt hier machen, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ich sehe gerade sieben, acht Stück, acht müssen das sein, oder? Dann müssen wir aber erst mal das andere wegmachen, oder, dieses stellen sie den medizinischen Versorgungs-Drug, oder? Ja Wie können wir das wegmachen? Einfach wieder draufklicken Ich mach dem Kevin mal ein bisschen Feuer unter mir dann hier So, das Ding meinst du Und was machen wir denn jetzt hier? Die Mission da Ich würde jetzt mal sagen, nach die Ordner jetzt erstmal einsammeln Ja, hast du das jetzt weggemacht, Kev? Draufgeklickt Ja, wo draufgeklickt? Einfach auf die Mission nochmal Du musst einfach nur zu dem A fliegen Also, es spricht gerade aus Ja, ich versuche gerade die andere Mission hier auch wegzumachen, aber ich komme nicht dran Ich habe alles weggemacht Wo war die denn? Achso, die hier Äh, die hier, Moment Also, die hier Wer da wohnt, oder wenn es hin? Ja, was für deine Müsse Die habe ich weggemacht Machen wir denn jetzt Die Ordner einsammeln Warte doch mal, wie mache ich das jetzt weg mit dem Spezialtransport? Ach hier, okay So, weg Gut, danke Dann machen wir jetzt die Ordner Äh, wo hattest du denn jetzt einen? Hier, Kingslayer-Datei Bitteschön Zum C Oder zum A Erstmal Ja, okay Dann machen wir zum A Nein, es ist ja nervös Wir fahren die jetzt eh erstmal nach und nach Das sind neun Stück insgesamt Auf der Karte Und dann haben wir aber genau Genug mit der A Genug müssen, um die Bosse weiterzumachen Weißt du? Würde ich jetzt mal behaupten Ich würde diese Autoverzeichendinge einfach nehmen Jetzt Step by Step Oh, bei mir hat es gerade mächtig gelegt, Alter Uff Okay Ja, das passiert immer mal wieder Weil wir haben noch Jetzt da, wo wir 10 Wochen kalt gemacht haben In der Sparta haben wir nämlich noch Zwei, äh Unbekannte Ich glaube, ich wollte das so He, he, ich kann das auch Ah, ich bin ungeduldig Ich muss so pipi Ich muss so pipi Ja, das brauche ich nicht Ich kann ja verlaufen lassen von hier Es regnet dann ein bisschen Aber kurzfristig Weiß ja keiner Welche Uhrzeit haben wir eigentlich gerade? Wir haben 5 nach 5 Okay Also noch eine Stunde machen wir, oder? Ja Grob, genau Achtung, unten rechts der Heli, das ist nur die Dat Also es fällt unter uns jetzt Das ist eine legale Coca-Farm Also kriegen wir hier legal Coca? Ich meine, gegen die Höhe? Wegen der Höhe, klar Ich lasse mal eben vorbei, ne? Ja Wo wir gerade dabei waren Ich kriege kaum noch Luft Genau Die Frage, jetzt haben wir hier Feindpräsenz Das fragen wir auch nicht Bis jetzt ist noch alles nicht rot, also Müssen wir erst gleich mal checken Ach, deswegen gehe ich mir jetzt ein bisschen ins Grüne her Ja, haben wir Ja Okay Da können ja nicht ganz so viele sein, ne? Kev, du kannst das einfach nicht Halt mal Da muss doch schon ein Scharfschütze dann kommen Ja, nur noch drei Na, Kev Und dann auch noch ohne, äh, Schalldämpfer Aber die Granaten sind doch nicht besser Unbedingt das ist der Schütze Oh Wow Ah, und rechts verletzt auf mich Ach, scheiße Ich war gerade auf den, äh, äh, Sniper fixiert Da kamen sie um die Ecke gerannt Kenn ich Hier ist die Adresse eines Kartell-Senders Legen wir ihn lahm Wir können ein Care-Paket finden, wenn wir am richtigen Ort nachsehen Also los Ich muss mich gerade noch ein bisschen orientieren hier Bis vor ich da irgendwie groß jetzt in irgendwas reingehe Warte mal Ach ne, komm Ich wollte eben hier den Scharfschütze bei mir gehalten Scheiße, Mann So, ich bin gleich da, Markus 5, 4, 3 Ja, wenn ihr nichts drückst, passiert nichts Ich hab was Der hiesige Boss ist ein Typ, der sich L-Way nennt So So, da können wir den Nachschirm markieren Weg Ich hab' ihn umsicht Dann ist er leicht zu erkennen So Ich glaub' wir haben was für Wölken, oder? Hört sich nach nem Ansatz an Schieben Sie Al-Way den Mord am Leutnant in die Schuhe und es gibt Krieg Aber alle Missionen Ne, will ich nicht Du bist aber grad auf den Fahrersatz gestiegen Ja, ich tag gleich aus, Moment Das wird lustig Haben wir die Dings geholt, was wir brauchen? Wir essen jetzt an nem Geschütz da oben Ich? Er ist nicht rot Och, schade Jetzt steigt er wieder aus Ja Ich wollte damit nur sagen, schieß nicht Achso, ich darf nicht schießen, okay, gut Dann darf ich mich Ich darf mich trotzdem hinsetzen Wie weit ist das denn? Äh, 1,1 Kilometer, das ist aber auch da, wo das Grün ist Warte mal, das ist aber hier eigentlich Da, wo das A ist Noch ein Kaffee? Ach nee, nee Da wär jetzt doch so ne Format gewesen gerade Wer fährt? Wer fährt? Markus? Ich bin es nicht Ok Ich leite die neuen Koordinaten weiter Ist erklärt Ich leite die neuen Koordinaten Ich leite die neuen Koordinaten